So, hopp 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 So, komm, Uwe, hopp 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 Gast und usiv die pil... Weiß denn da ist die pil... ... So, dahinter. 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 So, dann laufen wir weiter. So, dahinter. Danke. So, dahinter. So, dahinter. So, dahinter. So, dahinter. So, dahinter. Take. So, dahinter. So, dahinter. So, also Heilkraut. So, also Heilkraut. So, also Heilkraut. So, wie viel mit mir noch? Boah, 12, he? Ja, ja, machen wir weiter. So, also Heilkraut. So, sehr gut. Ich brauche immer noch Heilkraut. So, what did you know? So, go ahead, Tirestar. So, go ahead. 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 Ah, shit. So, warte mal. Wow, that's nearly seeing the seal, huh? Yep. So. 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 So, jetzt kommt's aus, he? Ja, wo ist das? Warte, ich rieche etwas. So. Warte, warte, hat einer nach dem anderen. So, warte mal. Ja, scheiße. So, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Nein. Shit. Meine Beförderung steht jetzt nichts mehr im Weg. So. Meine Beförderung steht jetzt nicht mehr. Die unsichtbare Welt wird zur Realität. Die echte Welt wird zum Albtraum. Ja, ja. Da hast du irgendwie recht und irgendwie auch nicht, oder? Gut. Also, wir haben noch ein paar Sachen zu machen. Ich glaube, wir kümmern uns jetzt mal so ein bisschen um Geschichten da hinten. Aber bei dem haben wir erfahren, dass wir irgendwie, glaube ich, auch mit Schleichangriff für sich kommen. Das wollen wir ja nicht. Nein. Gut. Also, was haben wir da? Wir haben ein paar Informationen. Wir haben den da unten. Konfrontation. Was ist eigentlich gerade da unten? So. Hopp. Hau. Dann probieren wir das mal. Komm. Okay. Der Togug, der Wächter. Der Togug, der Wächter. Der Togug, der Wächter, he? Der Togug, der Wächter. Schau du, mein Lerbe. Warte noch. Dann finde ich dich versprochen. Das nennt sich Schild. Okay. Ah. Ich tötet dich und du kommst zurück? Du bist wohl nicht sehr klo. Wartest du nur? So, und jetzt? Warte, warte, warte. Was war das Geräusch? Also, einen haben wir weg und somit hätten wir eigentlich den Auftrag bestanden. Sehr gut, danke. Achtung, Urux! Zurückziehen! Zurückziehen! So, aber hey, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Von daher nicht so schlecht, oder? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. ein was Warte, 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 zack, 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 y blocken, füren y tanken, blocken, warte, füren los 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 Okay, gut Man Einzelnen knochen deines körpers schlag Also die kommen generisch wieder, wenn wir die Missionen nicht machen Man, jetzt kann der nicht mal mehr klettern, oder was? Das ist doch, oder? Gut So, was können wir denn da noch machen? So, ich glaube, das wäre mal eine coole Aufnahmesession gewesen. Schreck! So, ja, und ich würde sagen, an diesem Punkt, mit dieser schönen Aussicht, können wir uns doch verabschieden für die Aufnahmesession. Danke, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wow, was ist? Der Teenage explodiert? Interessant. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast, wo es geheissen hat, come on, let's plays. Ja, wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession und ich bedanke mich von ganzem Herzen für deine Zeit und freue mich schon bald auf unseren nächsten Spass. Bis bald, ciao!